Schleifen Sie doch ein. Was? Okay. Ja, aber ich hab den Scope gesucht. Oh, ich hab's nicht. Okay, gut. Ja, kann ich wünscht das. Na, wo fahren wir denn jetzt hier? Irgendwie... ...weilen wir noch rechts, glaub ich. Hm. Siehst du uns hier, Mann? Nein, hier. Ich weiß nicht. Haha. Pfeifen Sie sich nicht? Äh. 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 Ah scheiße. Wie die Idioten. China number one! Ja, wir hätten glaube ich nicht stehen bleiben sollen, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, ein bisschen Sachen machen. Ja, alles gut. Das ist so ein bisschen, das Spiel ist so ineffizient, was die Zeit anbelangt. Wollen wir mal richtig einsteigen und am Anfang ein bisschen battlen und so? Also halt an so einen beliebten Ort reinsteigen und dann ein bisschen schießen und so? Ja, klar, machen wir. Gut. Weil ich merke, dass ich halt echt, ich hab null Skill mit den Waffen und ich weiß nicht, was ich machen muss. Und ich schieße, wenn ich mir die Videos nochmal anschaue, ich schieße überall hin, nur nicht auf die.